Das ist Stefan. Er hat gerade ein Startup-Unternehmen gegründet. Für sein neues Büro braucht er natürlich noch die passende Hardware mit neuster Gerätetechnik. Doch da sein Unternehmen sich noch im Aufbau befindet, hat er kein großes Anfangskapital zur Verfügung. Außerdem kann sich der Bedarf von Hardware schnell ändern. Er möchte also flexibel sein und erstmal keine Hardware kaufen. Deshalb lässt er sich bei seinem IT-Betreuer Paul beraten und der empfiehlt ihm Workplace as a Service, die Möglichkeit der Miete von Blutschip-Systemen, welche von Paul gemanagt werden. Mit einer frei wählbaren Laufzeit von 12 bis 24 Monaten kann Stefan die Menge und Art der Hardware flexibel nach Bedarf oder Personalstand anpassen. Geräte veraltern heute aufgrund der immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen schneller denn je. Stefan muss also auch sicherstellen, dass er bei Bedarf auf performantere Systeme wechseln kann. Mit den WAAS-Geräten umgeht Stefan hohe Anfangsinvestitionen. Die geringen monatlichen Betriebskosten hingegen sind für ihn gut kalkulierbar. Teure Wartungs- und Instandhaltungskosten, insbesondere für älteren IT-Bestand, entfallen. Denn sein IT-Betreuer ist für Service- und Supportleistungen direkt vor Ort. Bei Paul hat er deshalb bereits einen Servicevertrag für weitere Dienstleistungen, wie zum Beispiel der Softwarebetreuung von Stefans Branchensoftware. Stefan muss sich also um nichts mehr kümmern. In Verbindung zu den WAAS-Geräten bietet Blutschip grundsätzlich Microsoft Cloud und oder Blutschip-Cloud-Dienste an, um dem Managed-Service-Gedanken Rechnung zu tragen. Damit lassen sich durch Paul die Geräte so über eine zentrale Oberfläche managen, Richtlinien für Benutzer, Geräte oder Dokumente festlegen und vieles mehr. Dies alles sichert Stefan einen reibungslosen Bürobetrieb. In Kombination mit zusätzlichen Cloud-Storage, Backup- und Mail-Archivierungsdiensten von Blutschip kann Stefan zudem darauf vertrauen, dass seine Daten jederzeit sicher und nach gesetzlichen Vorgaben verwaltet werden, was er allein zu diesen Kosten so nie abbilden könnte. Dadurch hat Stefan einen vollständig eingerichteten Arbeitsplatz und das, wenn er will, egal von welchem Ort. Durch die Synergie von modernen Hardware-Features und Cloud-Services kann sich Stefan außerdem mit seinen Kollegen und Kunden vernetzen und Daten austauschen. Für Stefan ist klar, Workplace-as-a-Service von Blutschip ist für ihn die Lösung, um erfolgreich zu sein. Erkunden auch Sie sich unter www.blutschip.de slash waas. Nutzen Sie das Angebot der Blutschip Computer AG. www.blutschip.de